Wallah, ich geh live. Ich wusste das nicht mal. Wallah, ich wusste das nicht mal. Ich geh live, mein kleiner Bruder sieht das nur. Der so, Herr, ist das nicht. Ja, ja, ich sag doch. Der so, Anik, warum bist du mit dem live? Ey, der hat deinen kleinen Bruder gezinkt. Warum sagt er so? Allahu Akbar. Deswegen soll er nicht einhaufen, er soll nicht hier auf TikTok einhaufen, ehrenvoller Mann machen, Habibi. Ey, wenn das ein ehrenvoller Mann wäre, die hätten den keinen Abschluss gegeben. Oder wie heißt das? Jalla, geh im Käfig rein und ab nach Türkei. Allahu Akbar. Ja, Huppi. Ja, Huppi, ich sag, warte mal, Bruder, aber ich seine. Frank, Werner, ist so, ist so, Habibi. Nur die Leute, die reden nicht, verstehst du? Unsere Landsleute, die reden nicht. Jene, kannst du bezeugen und sagen, ich schwöre bei Allah, dass Yahya dein Bruder im Gerichtssaal gezinkt hat? Yahya, Yahya, baby. Ich selber hab's nicht gesehen. Allah schämet, mein Bruder hat mir das gesagt, mein Bruder. Der ein Jahr jünger ist als ich. Und dein Bruder sitzt immer noch wegen Yahya im Knast? Nicht nur damals, Araf. Also Yahya hat eine Aussage gemacht im Knast, damit er... Wollen wir mit denen, Abus Anek? Scheiß drauf, Mahmoud. Ich hab genug geredet. Der hat mich gestern sauer gemacht. Der hat mich gestern sauer gemacht. Und mir reicht das, bitte. Warum soll ich, warum soll ich, warum soll ich, warum soll ich eine Fliege einen Mann machen? Verstehst du? Nein, Habibi. Ich hab' einen Aussage gegen dein Bruder im Gericht gemacht. Krass. Wallah billah, krass. Ich sag's zu dem, die Leute schreiben in meinem Swim und bei uns ich war, Yahya der Busfahrer. Und ich frage wirklich so, ey, aus Spaß, ne, ich will nicht schlecht gehen. Ist Yahya wirklich Busfahrer? Ich will mich für den freuen, dass er einen Job hat. Verstehst du? Und dann kommt der rein in meine Swim, lacht drüber, am Ende macht er was dann, ey. Was soll das? Also Yahya hat da gegen dein Bruder im Gericht ausgesagt. Egal, er muss eine Mahmoud, Habibi. Ich bin nicht auf Zuschauer, äh, wie heißt das? Zuschauer-Gain. Und jeder, der das aufgenommen hat, löscht es. Reibt sowas. Herr Bruna. Der lügt. Wer, Emre, wer ist am Lügen, Habibi? Aber warte mal, Mahmoud, Mahmoud, warte mal, dass du das gesenkt. Ich hab' eine Frage. Verdammt. Du sagst, der hat dich an deine Brüder geklingelt, aber kannst du das auch verlegen? Wallah, da muss ich warten, bis mein Bruder rauskommt, Habibi. Ich schulde dir meinen anderen Bruder, der ist draußen und der kann das beweisen. Allah! Der holt sogar Koran, der macht, äh, Wudu, holt Koran und tut seine Hand auf Koran. Bitte, Alter. Ich mach' nicht, ich... Wer ist das hier? Was ist das hier? Ich mach' nicht, ich mach' nicht. Ich mach' nicht. Ich mach' nicht. Yahya, du machst Auslage im Gericht? Yahya! 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 Allahu Akbar! Ey, ich mach jetzt meine Blamoren kaputt! Yahya, mein Bruder, denn ich bin im Hatt gegen deinen Bruder! Chazek el-Kanze! Chazek el-Kanze! Chazek el-Kanze! Chazek el-Kanze! Ich mach jetzt meinen Pullover! Nein, der kostet 200 Euro, Bruder! Ich bin ksalli an Nabi, Salam! Ich ksalli an Nebih, Salam! Bruder! Auf jeden Fall, Bruder, Wallah, ich bin richtig enttäuscht, aber wir müssen ja auf jeden Fall... Mahmoud, Bruder, ich zieh mich jetzt an! Ich geh ins Fitnessstudio! Ich lass bis hier mein... Okay, heute Abend, Leute! Heute Abend bei Arrogante Pate! Osman, kannst du heute um 1.20 Uhr live kommen? Bruder, Fallas, das reicht, Wallah, ich will nicht! Mahmoud, Bruder, das ist nicht meine... Bruder, wo du bist du? Du denkst bei allem Respekt, die ganzen For Yous sind jetzt voll, Bruder! Soll ist mir egal, guck mal! Zinke, Zinke, Bruder, Flutschi, Flutschi! Ein Zinke, Bruder, gehört nicht zu uns, Bruder! Wollah, Habibi, der ist, seitdem er geboren ist, ist das ein Zinke! Allah! Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Wann hat der denn gegen den ausgesagt? Nochmal bitte. Ja? Hast du was schwarz und weiß? Bruder, ich nicht. Guck mal, Bruder. Guck mal, Bruder. Guck mal, Bruder. Ja, ja. Guck mal, Bruder. Ich hab... Ich selber wusste nichts vor. Wallah, vor zwei Wochen bin ich live. Ich geh live. Wer sitzt neben mir? Mein anderer Bruder. Der ist ein Jahr jünger als ich. Der sagt, der war sauer auf mich. Wallah. Ey, wie kannst du mit ihm live gehen? Ich sag, warum? Der hat deinen Bruder gezinkt, sagt er. So. Wallah, Bruder. Bei uns, guck mal, ich kenn den Yahya persönlich nicht. Ich hab ihn gestern das erste Mal kennengelernt. Bruder, Habibi, jeder, der ihn kennt, jeder, der hier auf TikTok ihn kennt und in ganz Griechen kennt, weiß genau, was das für ein Typ ist. Erstens. Zweitens. Jeder, der ihn hier auf TikTok kennengelernt hat, jeder, der ihn hier auf TikTok kennengelernt hat, würde nicht mal, geschweige denn, sich trauen, über irgendwas zu sagen. Verstehst du? Guck mal, sei menschlich, sei loyal, sei korrekt. Und sei ehrlich. Und ich bin ehrlich. Morgen wird ein schlimmer Morgen, wenn du aufstehst. Auf jeden Fall, Team Osman, wir müssen das Thema natürlich ansprechen heute haben, weil, Bruder... Nein, Bruder, was wir ansprechen haben, muss sagen, wir haben genug gesprochen. Ja, ich hab ihm gesagt, Wallah, wage dich einmal irgendwas auf TikTok zu sagen. Klar, das sei fisch. Allahu Akbar, Bruder, die ganzen Foyos sind voll, voll, voll. Das ist doch egal. Das ist doch egal. Die Kapitale Frank hat das von mir gepostet in seine Story, ja Huppi. Von welcher Familie ist er hier, ja? Wallah, Christian Habibi, ich bin kein falscher Fofi. Ich bin ehrlich. Ich bin loyal. Ich bin direkt. Und wir wollen sein, Bruder? Nein, ich mache mich. Ich mache mich. Wir wollen sein. 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 Genau. Wir wollen das jetzt hier und!". Wir wollen das für machen. Wir wollen das Menschen. Wir wollen die, sie cœmärzt und wegnehmen. Nein, das tun. Ich will gar seems und зам Kept. Ich denke, ich habe Frieden. Ei werfen hatte. Diese体z in素. Sie sind die건 von insativen. Ich glaube deinen Gosen. Ich weiß, mein Mann. Ich bin so Missiver Hans pensieren. Ich fühle mich anbel. Ich bin Nancy. Mahmoud, du warst mit mir öfters draußen und sag ehrlich, habe ich jemals, Mahmoud, sei ehrlich, guck mal, ich bin dir auch nicht sauer, sei ehrlich, wie viele Male waren wir jetzt draußen, hast du von diesen Male jemals eine falsche Art von mir gesehen? Ich schaue auf den Koran, du hast immer loyal und korrekt. Wahllach, nein, habe ich nicht. Immer loyal und korrekt, Wahllach, kann ich bestätigen. Ja, ich brauche diese Reichweite und was weiß ich auf TikTok, absolut nicht. So wie ich draußen bin, Wahllach, so wie ich draußen bin, bin ich hier auf TikTok. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich drauf bin, fertig. Ich muss mich vor nichts beweisen. Wahllach, guck mal, Bruder, ich kann nichts dafür, Bruder, Osman hat das Thema angesprochen. Nein, Wahllach, ich bin kein Singer, ich bin kein Singer, aber er hat gestern angefangen, er hat gestern angefangen in meinem Livestream und dann ist er zu unsichtbar rübergegangen, da habe ich gesagt, Wahllach, reicht. Die Leute sollen den mal richtig kennenlernen. Ja, ne, Yahya hat gegen deinen Bruder ausgesagt im Gericht, ja, Muhammad al-Arabi. Ja, Muhammad al-Arabi. Mahmoud reicht, Bruder, Habu Sahine reicht. Ich muss jetzt wieder, Bruder, ich muss trainieren gehen. Nein, Habibi, mein Bruder ist nicht wegen Enkeltrickbetrug drinne. Laber nicht, Wahllach, das ist kein Gelaber. Ja, ich muss jetzt sagen, ich muss jetzt sagen, ich muss jetzt sagen, ich muss jetzt sagen, ich muss jetzt sagen. Tach, 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 ja, Huppi. Mahmoud? Was geht heute noch? Was machen heute? Mahmoud, geht in die Zaunah. Bei den Hangt Internet, eh? Nein, ich habe ihn geholfen, Bruder. Bruder, bei dir. Ich habe ihn geholfen, Bruder, Ali. Ich habe ihn geholfen, Bruder. Ich habe ihn geholfen, Bruder.